hier haben wir ein lost place ein alter luftschutz keller mitten im wald allerdings kommt man hier nicht hinein er ist aufgehügelt ist nur ein kleiner hügel ich weiß nicht ob er noch tiefer geht also man kommt hier wirklich nicht rein hier ist eine große stahltür davor lost place im wald